Wie ist das eigentlich bei dir? Stehst du auf Wiederholung? Das heißt, guckst du dir immer wieder das Gleiche an? Also irgendwelche Serien, was du schon mal in der Vergangenheit gesehen hast? Sagst du dir auch wirklich in deinem persönlichen Leben, dass da immer wieder das Gleiche auf dich zukommen sollte? Wo du dann auch Eindrücke mitnimmst, die sich so widerspiegeln wie beim vorherigen Mal? Ist das für dich richtig bedeutsam, dass du das dann auch wiederfährst? Oder sagst du dir, ist doch gar nicht schlimm, Hauptsache da passiert irgendwie was. Okay, dann hast du ja richtig was vor dir. Dann hast du ja jetzt etwas gefunden für dich, wo du ganz klar sagen kannst, da gehe ich auf, da kann ich mich reinknien. Dann ist doch prima, ist doch perfekt, dann brauchst du doch überhaupt nichts mehr ändern. Dann lass das doch genauso exakt, wie es in den Fällen ist und dann kannst du es ja so sein lassen. Ist doch perfekt. Dann bin ich ja auch nicht der richtige Ansprechpartner für dich, wo du dann sagen müsstest, das Video gucke ich mir an. Dann guck dir bitte ab jetzt nicht mehr meine Videos an, lass das sein und ich habe da auch gar keinen Anreiz, dich da irgendwie zu motivieren, weil du bist jemand, der da gar nicht reinfindet, der da gar nicht zugehört. Das sollte dir mal bewusst werden, dass du nicht die Zielgruppe bist, die ich anspreche. Und wenn du das wirklich machen möchtest, mach es und denke daran und einfach bis dann.